Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kuschel und in diesem Video zeige ich euch, wo ihr einmal den einzelnen Liegestuhl, einen Radiosender und ein Freiluftkino finden könnt. Ihr müsst einmal einen einzelnen Liegestuhl eben finden, beziehungsweise eben besuchen. Und zwar ist es hier einmal neben Dirty Dogs, hier oben auf diesem Berg. Einmal dort landen oder hingehen und somit habt ihr einmal einen Teil abgeschlossen. Den Radiosender findet ihr einmal östlich von Craigie Cliffs, einfach hier dieses riesige Gebäude. Einmal hierher gehen oder eben dran landen. Und das Freiluftkino ist einmal Risky Reels. Das findet ihr im Westen von Frenzy Farm und somit habt ihr alle drei Euro besucht. Danke fürs Gucken, ich hoffe es war hilfreich und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video.